Hey Leute, heute kommt mal ein neues Video von mir und zwar, euch ist bestimmt aufgefallen, sind drei oder fast vier Wochen sogar schon keine Videos mehr von mir gekommen, weil in dem Zeitraum gab es halt Stress und Probleme mit meiner Freundin. Sie hat auch mit mir vor ein paar Tagen jetzt Schluss gemacht und kann das einfach nicht verkraften oder nicht wahrhaben, weil ich, dass sie jetzt mich verlassen hat und... Auf jeden Fall halt in der Zeit jetzt, mir ging es halt voll scheiße und schlecht und konnte kaum schlafen und deswegen habe ich auch keine Videos mehr in dem Zeitraum gemacht, weil ich halt voll unter Druck war, so voll die Probleme hatte und musste mich halt auf meine Arbeit auch konzentrieren und der Grund ist, dass sie Schluss gemacht hat, anscheinend hat ihr nicht mehr gepasst, den genaueren Grund will ich jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall, wir waren halt jetzt im Februar, wären wir ein Jahr zusammen gewesen. Sie war ja davor immer eine beste Freundin von mir und ja, 2016 im Februar sind wir halt zusammen gekommen und jetzt im Februar 2017 wäre es jetzt ein Jahr fast gewesen, aber ja, sie hat vor ein paar Tagen halt jetzt Schluss gemacht, hat komplett den Kontakt mit mir abgebrochen, überall geblockt und so. Ich muss erst mal wieder jetzt auf mich schauen, dass ich wieder ein bisschen hochkomme, weil die ganze Sache hat mich schon ziemlich sehr runtergedrückt und so. Bin halt damit jetzt nicht klar gekommen und komme relativ jetzt auch, jetzt heute nicht mir jetzt klar damit. Ich muss langsam wieder mein Leben in den Griff bekriegen und ich weiß nicht, ob sie irgendwann mal wieder ein Virus von mir hervorkommen wird. Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwann mal wieder in Kontakt kommen oder ob wir doch mal wieder zusammenkommen oder man weiß es nicht. In dem Moment halt ist halt Schluss mit uns. Ich hoffe Jenny, dass du das Video aussehst und ich wollte halt sagen, ich vermisse dich so sehr und ich liebe dich immer noch und die ganze Sache macht mich halt schon so psychisch kaputt und so und sieht mich halt voll runter und ich habe auch jetzt wieder so in zwei, drei Wochen auch wieder ein paar Kilos abgenommen, weil das mich voll beschäftigt und so. Und ja Leute, dann das war das Thema heute mal, dass sie weg ist halt von mir. Apropos, die Leute, sie schreiben mir, anscheinend hat sie mich verlassen, weil ich ein peinlicher Typ bin, so mit meinen Videos und so, dass sie mich quasi für das verlassen hat, weil ich peinlich bin und anscheinend ganz Deutschland über mich lacht. Nein, so ist es nicht Leute, sie hat mich nicht verlassen wegen meinen Videos und so weiter und so fort. Sie hat ja auch einen eigenen Channel. Ist doch schwachsinnig. Ich weiß den Grund, ich habe euch in Kleinigkeit erzählt warum und also Leute, dann bis zum nächsten Video, ich werde halt mal schauen, wann es mir besser geht wieder und ich euch halt dann Bescheid sage und gebt mir alle viel Kraft und dass ich die schwere Zeit überwinden werde. Also bis zum nächsten Video Leute. Ciao.